Es gibt immer wieder die Fälle, wo auch größere Geräte verschwinden. Also ein Grad ist natürlich Wahnsinn. Wir machen ja den digitalen Bauhof, wir registrieren unsere Geräte. Wir haben einen direkten Informationsschluss und wenn ich jetzt auch kleinere Geräte habe und die, ich sag mal, Füße bekommt, dass ich das dann auch letzten Endes registriere. Man kann auch nichts mehr verlegen hier auf der Baustelle. Nein, es geht nichts mehr für Schütt.